Hallo Leute, herzlich willkommen. Aufdenken nach Thunder Gaming und heute spüren wir mal, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Rombox, beziehungsweise den Zerstörungs-Simulator. Ja, wir gehen einfach mal hier runter würde ich sagen. Gucken wir mal. Hallo, ich gehe hier runter. Oh, was ist hingefallen? So, ähm... Warte mal, was? Schauen wir uns ja erstmal an, was wir hier so gemacht haben. Wie soll ich denn hier... Mann! Geh hoch hier! Man hört hier auf jeden Fall schon, dass viele Dinge zerstört werden. Meine Güte, jetzt lass mich doch mal... So. Gucken wir mal. Haben wir nur das Auto oder was? Ja. Nee, hab ich nicht. Also ich hab auch hier so eins. Hm, hm. Warte mal, steht das bei jedem Auto, was ich... ...kaufen kann? Nee. Wir kaufen wir einfach mal das... ...das hier. Äh, spawnen wir das einfach mal. So, verstanden. Machen wir mal ein Auto kaputt. Wer drinnen spürt? Okay, wir fahren da einfach mit vollkommen... Ach, rein. Let's go! Ab, geht die Porsche. Die Treppe... Wow, wow, wow. Ich bin mit rausgefahren. Aua. Au. Das war mal ein Auto. Fahrzeug wie spawnen. Okay, ich hab 21.000. Hm, warte, wo ist der Treppen-Dings-Vizil? Der Treppen-Schlüssel. Dann machen wir mal die Sägemüde. Stellen das Auto mal hier rein. Ohne Milch am besten, weil ich will nicht geschreddert werden. Gehen hier auf Sägen aktivieren. Und... ...machen... ...Förderbank aktivieren. Und let's go! Wow, 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 wow wir machen einfach und nein mein auto lief ich will hier ein auto warum bin ich gestorben nein man tut mein auto noch weiter kaputt gehen der zeit wenn wir das hier aktivieren ich weiß es auch nicht immer schon wir gehen hier hoch hop 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 von hier oben gucken so das noch nicht verderbank nicht aktivieren und fast so jetzt können wir wir aktivieren an du 1,4 sekunden ja aber ich will den schluss aktivieren warzeuge freigeschaltet das war's mit dem auto können wir kurz auf dem händler gehen und gucken für weitere 10 sekunden ist keine nur die sporn möglich ist in 21.000 euro nie ja dann hole ich mir doch den hier warte der kostet 21 der kostet er kostet gar so man schaltet einfach die autos frei in dem man das gilt interessantes auto wir gehen mal in der ach denkst du uns okay der geht da rein jetzt kann ich auch rein ausmachen während des fahren an ich werde nicht rein ja okay wo mir geht's gut okay jetzt nicht mehr gut machen wir mal hier das rechte der laser da ist neu und da ist jemand drin deswegen gehen wir da jetzt nicht rein der sollen so zeile verbrennen ja ich denke schon weil dann kriege ich ja mehr geld so eine bewegung äh miren so und fast und förderbank probieren so ich werde verarschen hier nochmal kurz Machen wir noch mal, aber das war nichts. So. Aktivieren, ja. Nee, andere Richtung. Maaan, blödes Drecks-Auto. So. Jetzt aber. Teile verbrennen. An, los. Ja. Jetzt Teile verbrennen. Tschüss, Auto. Mal gucken, wie viel Geld ich noch da rauskriege. So. So. Ja, 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 ja. So. Ja, okay, reicht. Die Geschwindigkeit ist ganz wehen lang. Dann testen wir mal die Geschwindigkeit. Ja, bei 180 ist das Schwingel. Er wird auch irgendwie mal langsamer. Au. Okay, machen wir den noch mal kurz. Äh, falsche Seite. So, hier. jemand benutzt diesen Crash. Dann kann ich gar nicht kurz. Dann gehen wir in die, in den Schmetzer. Oh, er sieht auch geil aus. So. Der Teile verbrennen noch nicht. Activate 1. Activate 2. Und die Welt 3, ne? Okay, machen wir es slow und aktivieren das. Äh, in die andere Richtung. So. Perfekt. Mann. Er zeigt jetzt so blödes Teil. Schieben wir hier mal kurz ein bisschen rein. So. Verderbrank. Ja, ist aus. Perfekt. Barz. Und jetzt das zweite Barz. Und das dritte noch. Kommt dazu. Barz. Und tschüss. So. So. Hm. Teile verbrennen. Komm, weg mit dem. Ähm. Schrott. Okay, reicht. So. Der Land Slug. Das ist auch der letzte, wo wir reingehen müssen. Jo, 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 jo. Äh. Ja, gut. Das war mal ein Auto, ne? Hat er, das will ich aber noch mal machen. Ähm. Das ist da ganz drin. So. Noch mal rein da. Ja, jetzt bin ich mir fast bis nach ganz unten gekommen. Okay. Nice. So, wow. Eins war das. So, drei. Hier wohl zwei. 15.000 Stücken muss man hier. Dings haben. Das heißt, überall 15.000. Ja. 15.000. 15.000. 15.000. Okay. Müsste ich mal das Spiel sehr oft spielen, damit ich das dann auch freischweifle. War ja. Wollte das war es erstmal mit dem ersten Part. Wenn es euch gewann hat, dann würde ich gerne liken, abo und einen Kommentar da. Oder ist mein Discord-Server vorbei. Das würde mich sehr freuen. Denn damit unterstützt ihr mich. Und macht mir auch eine Freundin, die mir die 300-Member-Freunde macht. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Vielen Dank an euren Support auf YouTube. Auch sehr krass. Ich habe jetzt 373 Abonnenten. Falls meine Stimme gerade aktuell ein bisschen anders klingt, liegt daran, dass ich wieder arbeiten war. Also, ja. Und ich bin sehr kaputt. Ne. So, wie man es halt ist nach dem Spielen. Äh, nach dem Arbeiten. Ja. Aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch freuen. Ähm. Und, ja. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.